Einen wunderschönen guten Tag hier auf diesem Nostarafotz Spezialvideo. Mein Mitbewohner Davis Schulz macht gerade hier Livestream von seinem LOL-Getue. Und da, er hat eine Facecam an. Ich musste sie ganz schnell fixieren und da muss ich ganz schnell rüber und ins Todes pranken, wie Leon das machen würde. Ja, das wird geschnitten. Da ist Davis Schulz. Und jetzt gehe ich rüber. Ich muss ihn nacht, Alter. Ich muss ihn nacht. Ich muss ihn nacht. Nichts. Da ist jetzt nachtig los. Das wird nicht nacht. Alter, ich bin im Bild und jetzt bin ich schon... Also das ist ja der Wahnsinn. Leck, kann man richtig tolle Sachen mitmachen. So, das war Davis Schulz. Geht auf sein Instagram-Profil, da könnte er was Sinnvolles machen. Der macht nämlich wirklich ganz tolle Bilder am Grafiktablett. Der Pinselknecht nennt er sich.